Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich Gipskarton und Rehgipsplatten auf die Qualitätsstufe Q4 richtig spachteln kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe meine Wand in einem extra Video schon auf die Qualitätsstufe Q3 gebracht und möchte das Ganze jetzt aber noch für höchste optische Anforderungen, wie zum Beispiel für Metalltapeten, auf die Qualitätsstufe Q4 bringen. Du musst übrigens das Ganze nicht auf Q3 erst bringen und dann auf Q4, sondern kannst auch direkt von Q2 auf Q4 gehen. Und was ich auch noch sagen kann, das Ganze ist bei mir jetzt übrigens nicht geschliffen. Um also auf Q4 zu kommen, müssen wir mal unsere gesamte Fläche hier mit mindestens 1mm Spachtelmasse gleichmäßig überziehen. Ich verwende hierfür übrigens genau auf Uniflot Finish und zum Auftragen kann ich euch im privaten Bereich zwei ganz einfache Methoden empfehlen, da sich die meisten natürlich nicht extra ein Airless Spritzgerät leisten bzw. kaufen möchten. Entweder wir tragen unsere Spachtelmasse nämlich mit so einer einfachen Farbrolle auf, da macht man dann natürlich auch eine Teleskopstange hin und das Ganze ist für sehr große Flächen doch relativ sinnvoll. Dann kann nämlich eine Person am besten die Spachtelmasse vorauftragen und die zweite Person klettert das Ganze einfach hinterher. Ich mache das Ganze jetzt aber wie gesagt alleine und da kann man auch am besten so eine einfache Zahnkelle bei mir mit einer Zahnung von 4x4mm verwenden. Bedeutet, ich trage die Spachtelmasse jetzt einfach mal überall gleichmäßig auf. Durch die Zahnung habe ich jetzt nämlich anschließend auch gleich überall genau gleich viel an Spachtelmasse auf meiner Wand verteilt. Wenn wir die Spachtelmasse also überall aufgetragen haben, gerne nochmal mit der Zahnkelle am Ende einmal durchgehen, dass natürlich unsere Spachtelmasse auch überall schön gleichmäßig verteilt ist. Wenn wir also soweit sind, nehme ich mir mal einen Flächenspachtel zur Hand und schaue jetzt, dass ich das Ganze vorsichtig glatt ziehen kann. Hierbei ist das Ziel, dass wir kaum Grad in unserer Oberfläche haben und das Ganze natürlich durchgehend glatt sein sollte. Ich weiß, das Ganze braucht wirklich viel Übung und bei mir ist es sicherlich auch noch nicht perfekt. Ich habe da noch einiges zu lernen, doch wenn es dann passt, dann sollten wir es mal komplett durchtrocknen lassen. Bedeutet nach Herstellerangaben meist 12 Stunden, 24 Stunden rum und dann können wir das Ganze nämlich auch schon weiterverarbeiten. Bedeutet einfach schleifen, grundieren und dafür habe ich natürlich auch schon extra Videos auf meinem Kanal erstellt. Und somit haben wir jetzt so eine Wand auch schon auf die Qualitätsstufe Q4 gespachtelt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens eine Zahnkelle, einen Flächenspachtel oder natürlich auch Knauf Uniflot Finish zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.